MovieMinds. Nur Film im Kopf. Und zwar wollen wir noch ein bisschen so über ihre Arbeit als Dozent an der Filmakademie Ludwigsburg sprechen. Und da wollen wir uns erstmal interessieren, wie man denn eigentlich genau Dozent an so einer Filmakademie eigentlich wird, weil das ist ja sicherlich auch nicht selbstverständlich, dass man da ausgewählt wird oder so. Man wird berufen. Bei mir war das so, ich hatte mit meinem damaligen Partner, der so früh gestorben ist, von 1995 den Ernst-Schneider-Preis bekommen. Das war der damals einer der höchst notierten Fernsehpreise in Deutschland für Wirtschaftsfilme. Und das hat ein Redakteur, mit dem wir auch zusammengearbeitet haben beim Südwestrundfunk, der hat es mitgekriegt, denn er hatte gleichzeitig ein Angebot, einen Studiengang Wirtschafts- und Wissenschaftsfilme an der Filmakademie aufzubauen. Und da hat mein Partner mich gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Dann haben wir gesagt, ja, interessiert uns und schwupp waren wir da drin. Ja, und das hat sich in den Jahren natürlich immer wieder verändert. Aber es drehte sich eigentlich immer um Fernsehformate. Ich war mal bei so einem Tag der offenen Tür an der Filmakademie. Und da wurde mir so gesagt, in so einer Infoveranstaltung für Leute, die sich für Regie interessieren, dass man tendenziell eigentlich alle Studiengänge an der AK, also jetzt Dokumentarfilm, Regie, Fansjournalismus, belegen kann, um irgendwann mal so zur freien Arbeit in der Regie zu kommen, sozusagen. Da würde ich erst mal fragen, ob das stimmt. Und was dann nämlich, also was unterscheidet denn dann genau die Studiengänge untereinander? Also warum gibt es dann eben überhaupt diese Variation, wenn es so zum selben Ziel führt? Wenn das so vermittelt worden ist, ist es Käse. Also der Studiengang Fernsehjournalismus ist ein sogenanntes Projektstudium. Das heißt, von Anfang an, von 98 oder 95, als es angefangen hat insgesamt, war das völlig klar. Man will Leute, die schon ein Studium absolviert haben, Biologen, Physiker, Mathematiker, Sozialwissenschaftler, was auch immer, die will man holen, damit die dann mit ihren Fachkenntnissen qualifizierte Filme machen können. Also wir hatten schon Zahnärzte, praktische Ärzte, wir hatten Ethnologen haufenweise und so weiter und so fort. Und das war gut, weil das sind junge Leute, die schon mal was gerissen haben. Die haben dann ihren Magister gemacht, früher, heute reicht jetzt der Bachelor, wobei ich da nicht zufrieden bin, denn der Bachelor ist, forget it. Aber die waren schon irgendwo in Themen drin und haben selbstverantwortlich gearbeitet. Und dieses Projektstudium dauert zweieinhalb Jahre mit inklusive Diplom-Film. Das heißt, da muss man sich schon ganz erheblich ranhalten, weil das fängt an, man wird gleich ins kalte Wasser geschmissen, man muss mit der Gruppe, die aufgenommen worden ist, der neuen Gruppe, die muss sich zusammenfinden, Propos Teamarbeit, und die müssen zusammen ein Magazin produzieren über ein Thema, das ihnen gestellt wird. Da geht schon mal ziemlich die Post ab. Und dann im zweiten Semester wird ein 15-Minuten-Film gemacht. Im dritten Semester wird ein 30-Minuten-Film gemacht. Und im vierten Semester und fünften, also als Diplom-Zeit, wird dann der Diplom-Film gemacht, der meistens 45 Minuten ist. Also, das ist schon eine flotte Geschichte und da muss man sich ranhalten, ja. Und das ist auch für manche schwierig, weil sie nicht einfach das Geld haben, um dieses Studium sich leisten zu können. Sie müssen arbeiten nebenher, was ganz schlecht ist und so weiter und so fort. Also gut, Regie im Spielfilm, im fiktionalen Film, das ist wieder was völlig anderes. Oder Dokumentarfilm, ja. Also, man kann, wenn man sich für die jeweiligen Gewerke, sagen wir, bewirbt, natürlich Student im Studiengang Fernsehjournalismus, Student im Studiengang Dokumentarfilm, Student im Studiengang Regie und so weiter, fiktionale Formate. Das kann man machen. Im Fernsehjournalismus gibt es dieses Projektstudium. In den anderen Fächern gibt es das Grundstudium, was alle gleich machen. Alle, egal was sie studieren, ob sie Kamera studieren oder sonst was. Und dann erst nach dem Grundstudium in ihre Spezialitäten reingehen. Das kann man beim Journalismusstudium auch machen, aber das machen kaum welche. Weil wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir junge Leute haben, die schon über Themen gearbeitet haben, die im Fachkenntnis haben über dieses oder jenes. Biologiestudentin gehabt, die hat den gleichen Film über Biohacking gemacht, zum Beispiel. Ja, super. Also, die musste sich nicht einlernen in dieses Thema, sondern die war da voll drin. Und solche Sachen. Das ist, also, finde ich für das Studium mit am besten. Also, wir beide kennen jetzt viele Leute, die sich schon öfters mal an der Filmakademie beworben haben. Eigentlich auch mit guten Filmen, die sie eingereicht haben, aber halt dann leider erfolglos. Da würde mich mal interessieren, also, nach was für Kriterien denn jetzt genau Studenten an der Filmakademie ausgewählt werden? Also, oft denkt man, es kommt irgendwie aufs Alter an oder dann doch irgendwie darauf irgendwas mit Medien davor schon mal gemacht haben. Also, was sind denn jetzt genau die Kriterien? Also, ich sage mal einen Satz voraus. Wenn ich mich mit meinen damaligen Kenntnissen in dem Alter in der Filmakademie beworben hätte, wäre ich nicht angenommen worden. Also, ich hätte dieses Studium nicht absolvieren dürfen. Mittlerweile ist es ja so, dass sich da junge Leute bewerben. Da schlackerst du mit den Ohren, was die alles schon gemacht haben. Die sprechen sieben Sprachen, haben schon in drei Produktionsfirmen jeweils ein Jahr gearbeitet und so weiter und so fort und sind gerade 22 Jahre. Also, Dinge, die eigentlich völlig nicht gehen, aber es gibt das. Also, ich weiß nicht, wie die anderen die Leute aufnehmen. Ich weiß nur, wie wir die Leute aufgenommen haben. Bei uns ist es so, dass man natürlich eine Aufnahmeprüfung macht, eine schriftliche. Da werden Themen gestellt, für die man ein Exposé schreiben soll innerhalb einer kurzen Zeit, die man recherchieren muss und so weiter und so fort. Und wir suchen schon mal von vornherein oder haben rausgesucht, wer hat denn da so eine Affinität zum Fernsehjournalismus. Wir haben auch schon Leute genommen, die noch nie Fernsehjournalismus gemacht haben, die noch nie in einer Produktionsfirma Kabel getragen haben oder sonst irgendwas. Das haben wir auch schon genommen, aber wir gucken schon, ah ja, der hat da mal bei der Produktion mitgeholfen oder war in der Filmakademie bei einem Projekt dabei, weil er da gerade einen Kumpel hatte und ihn kannte und so weiter. Und dann diese Bewerbungsunterlagen, die sind natürlich wichtig, was es früher gar nicht gab, also 1998, als ich da angefangen habe, da hat sich kaum jemand mit einem Film beworben. Das gab es gar nicht. Jetzt schicken die da alle möglichen DVDs ein und so weiter. Also das ist eine Entwicklung innerhalb von 20 Jahren, das ist sensationell eigentlich. Und wir haben dann die schriftliche Prüfung gewürdigt in unserem Kreis und haben dann die mündliche Aufnahmeprüfung gemacht. Und das war eigentlich keine Aufnahmeprüfung, sondern wir haben mit den Bewerbern gesprochen und haben geschaut, sind die offen, sind die teamfähig? Sind die auch irgendwie vielleicht verquer oder knitz oder schlau oder sonst irgendwas? Und welchen Eindruck machen die? Und uns kam es immer darauf an, weil dieses Geschäft braucht eigentlich wirklich starke Typen. Und da kann man sich natürlich auch immer täuschen. Aber wenn ich so sehe, zurückblicke, die letzten zehn Jahre, also wir haben wirklich eine Gruppe von Bewerbern ausgebildet und über die Klippe gebracht. Das ist sensationell. Das sind wirklich klasse Leute, die klasse Sachen machen. Und da kommt es nicht so sehr darauf an, dass du jetzt den fulminanten Einreichungsfilm XY gemacht hast oder so, sondern es kommt darauf an, dass wir, für uns kam es darauf an, den Eindruck hatten, der passt zu uns und der passt in die Gruppe, die wir uns zusammenstellen. Weil die müssen vier Semester, fünf Semester, also fast drei Jahre lang müssen die immer zusammenarbeiten, denn die helfen sich gegenseitig. Der eine macht dann mal den Ton beim nächsten und der macht mal die Skatering. Wir hatten einen, einen Italiener, der hat nebenbei immer gekocht und hat Skatering von Filmen gemacht. Dann kamen aber welche zu ihm, die bei ihm das Kabel getragen haben und so weiter und so fort. Also das ist in der Filmakademie einfach eine Geschichte, obwohl da lauter Individualisten rumlaufen auch. Aber bei uns laufen die Leute rum, auch die in diesem Fernsehjournalismus, die was zusammen machen und so weiter. Und wo es nicht auf einseitige Profilierung ankommt, gibt es natürlich auch immer, aber okay. Also die Auswahl, das sind die persönlichen Eindrücke der Dozenten, die, ich war ja 20 Jahre lang jetzt in der Prüfungsgruppe drin gesessen. Und selten haben wir uns gezankt über eine, dass der sagt, ich will den, der andere sagt, ich will den. Wir waren sehr oft sofort einer Meinung, dass der passt dazu und die passt und so weiter. Wobei wir jetzt im letzten Jahr, ich bin jetzt seit September letzten Jahres weg, denn die neue Jahrgang, es werden immer sechs aufgenommen, sechs junge Frauen, keine Typen. Ja, auch interessant.